ESA Aerospace hat die Startlizenz für die erste deutsche Orbitalrakete erhalten. Montag soll's losgehen. Crew 10 erreicht planmäßig die ISS und die angeblich gestrandeten Astronautenkernen mit Crew 9 ganz regulär zurück. Als nächstes startet mit Fram 2 die erste deutsche Frau ins All. Dritter Boeing-Starliner-Flug vermutlich ohne Crew. In der Starbase brodelt der Beton und in McGregor explodieren die Raptoren. Firefly schließt Blue Ghost Mission ab und Apollo Moment Vibes für Senkrechtstarter. Das und noch mehr. Mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. ESA Aerospace macht ernst und zwar richtig. Ein Tweet verkündete, die behördliche Startgenehmigung ist da. Damit sind alle nötigen Auflagen erfüllt und ESA steht nun an der Schwelle zur Geschichtsträchtigkeit. Noch nie stand eine in Deutschland entwickelte und gebaute Orbitalrakete senkrecht auf dem Pet. Der offizielle Segen der Behörden ist mehr als nur ein Stempel auf dem Papier. Er signalisiert, dass ESA Aerospace alle Hürden gemeistert hat und in die nächste Phase ihres ambitionierten Raumfahrtprogramms übergehen kann. Genug der großen Worte, ist schließlich nur ein Testflug. Aber es gibt Dinge an Orbitalraketen, die kann man eben nur im Flug testen. Jeder, der vor dem Erstflug eines neuen Raumfahrtsystems von 100% Erfolgswahrscheinlichkeit spricht, der ist entweder doof oder lügt. Oder beides. Sollte also nicht alles nach Plan laufen. ESA wird daraus lernen und ist im besten Fall in Kürze mit der neuen Hardware auf dem Pet. Wir waren für euch ja vor Ort in der Fertigung und haben Interviews mit den Ingenieuren geführt. Meine Playlist zur ESA Aerospace, die verlinke ich euch unter dem Video. Für euch hier aber kurz und knacklich nochmal, was die Spektrumrakete von ESA Aerospace ausmacht. Mit einer Länge von 28 Metern und einem Durchmesser von 2 Metern passt die Rakete perfekt in das neue Zeitalter der flexiblen Startlösung. Stichwort Rapid Response. Klar, damit ist sie ein Kleinträger und daher auch nur die Nutzlast von einer Tonne in den Leo oder von 700 Kilogramm in den für den New Space so wichtigen Sonnensynchronen Orbit. Zum Vergleich der Platzhirsch Falcon 9 mit seinen 70 Metern, der kann 17 Tonnen in den Leo und am unteren Ende die Elektron von Rocklab mit ihren 12 Metern, die kann 320 Kilogramm in den Leo. Soweit ich weiß, Novum in der Raumfahrt. Der Antrieb erfolgt über eine Kombination aus flüssigem Sauerstoff und flüssigem Propan. 40 Tonnen aus diesem Treibstoffmix, die sorgen mit ihrer hohen Dichte und gutem spezifischem Impuls für den Schub der Spektrumrakete. Verbrannt wird im offenen Gasgeneratorzyklus, also der gleiche Antriebszyklus wie der von Falcon 9, die aber auf die Kombination Kerosin und Sauerstoff setzt. Weitere Ähnlichkeiten zur Falcon 9. Die Spektrum setzt ebenfalls auf neun Triebwerke in der ersten Stufe und auf ein, abgesehen von der Vakuumoptimierung, annähernd baugleiches Triebwerk für die zweite Stufe, die auch mehrfach zündfähig ist. Das Aquila-Triebwerk wurde vollständig in-house bei ESA Aerospace entwickelt und gebaut. Ja, und dass es funktioniert, das wurde neben einzelnen Triebwerkstests in Schweden schon bei heißen Stufentests in Andoja in Norwegen bewiesen. Bei der Struktur in Kohlefaserbauweise, da ähnelt die Spektrum eher der Elektron von Rocket Lab. Die Falcon 9, die sitzt ja bis auf die Nutzlastverkleidung auf Aluminium. Auf die Kohlefaserbauweise ist ESA übrigens ganz besonders stolz. Sie haben nämlich die Kombination aus CFK plus cryogener Sauerstoff in den Griff bekommen. Wen das Thema mehr interessiert, mein Interview mit Marco Stemer, dem Vizepräsidenten für die Spektrumrakete bei ESA. Das sei euch ganz doll ans Herz gelegt. Steht auch in der ESA-Playlist unter dem Video. Leider gibt es keinen offiziellen Livestream vom ersten Start der Spektrumrakete von ESA Aerospace. Aber dafür heute Abend Sonntag, den 23. März, um 18 Uhr ein ganz besonderer Livestream. Und zwar, das Ganze wird ein echtes astronomisches Quartett mit Rabea Rogge, Susanna Randall und Insa Thiele Eich. Da habe ich die geballte deutsche Astronautin-Power am Start. Wer die drei kennt, der weiß, das wird großartig. Ich lerne schnell noch ein paar Wikipedia-Seiten auswendig, damit ich neben den drei Wissenschaftlerinnen nicht komplett in der intellektuellen Schwerelosigkeit verloren gehe. Ich freue mich mega auf den Stream. Ihr hoffentlich auch. Den Link findet ihr auch unter dem Video. Sehr wahrscheinlich erster deutsche Orbitalraketenstart. Sehr wahrscheinlich erste deutsche Frau im All. Was für eine coole Zeit, bitte schön, um sich für Raumfahrt zu begeistern. Rabea Rogge, sie wird wohl mit Fram 2 und SpaceX Crew Dragon ins All fliegen. Und wir können noch mal ganz kurz vorm Start mit ihr quatschen. Wie cool ist das denn? Ich nehme eure Fragen mit und stelle sie ihr direkt im Livestream. Der Start von Fram 2 mit Rabea ist aktuell für frühestens 1. April geplant. Wie bei allen Crewflügen, da kann sich das natürlich noch ändern. Ein paar spannende Einblicke gab es diese Woche vom Financier der Mission Chin Wang. Er schrieb auf X, dass das Team eine 6-stündige Trainingssession im Dragon Simulator in Hawthorne absolviert hat. In diesem wohl sehr intensiven Durchlauf, da wurden alle Abläufe bis ins kleinste Detail geprobt. Ein essentieller Schritt, um den Übergang vom Simulator zum echten Flug reibungslos zu gestalten. Am Ende der Übung, da gab es dann den symbolischen Boarding Pass, das offizielle Startsignal für die SpaceX-Mission. Auch technisch wurde nochmal aufgerüstet. SpaceX-Ingenieure haben zusätzliches Kamera-Equipment eingebaut. Unter anderem in der Coppola, die wieder einen spektakulären Blick auf die Erde bieten soll. Diesmal dann sogar auf die Pole. Die wurde übrigens ja erstmals bei Inspiration4 genutzt. Natürlich wurde auch das Öffnen der Luke zur Coppola intensiv trainiert. Die Luke, die muss ja für den Wiedereintritt geschlossen sein. Fram 2 wird mit einer Vielzahl von Instrumenten ausgestattet sein, die den Einfluss des Raumflugs auf die menschliche Gesundheit untersuchen. Unter anderem soll ein Röntgengerät das erste Röntgenbild im All des menschlichen Körpers aufnehmen. Ein Problem, das wir mit Sicherheit alle kennen, zu wenig USB-Anschlüsse. Der Dragon wurde deshalb mit neuen USB-Ports und zusätzlichen Powerbanks aufgerüstet. So kann er jetzt über eine Kilowattstunde an zusätzlicher elektrischer Energie bereitstellen. Laut Can bringt genau das aber auch neue Herausforderungen für das Wärmemanagement der Dragon-Kapsel. Ja, mit Rabea und Can fliegen außerdem die norwegische Filmemacherin Janike Mikkelsen. Sie wird der erste Mensch mit norwegischem Pass im All. Und der australische Polarforscher Eric Phillips. Wie beim Sport dürfen wir natürlich ein bisschen mehr Fokus auf Rabea legen, Team Deutschland und so. Mit gerade mal 29 Jahren wird sie nicht nur die jüngste deutsche Staatsbürgerin im All, sondern nach 18 Raumflügen von 12 Männern auch endlich die erste Frau. Die Berlinerin, die wird hoffentlich ganz viele Mädchen für Raumfahrt und Technik begeistern. Offensichtlich kommt aus Berlin ganz viel, was einfach rockt. Ich bin ja mittlerweile seit über 20 Jahren Teufel-Fan und seit letztem Jahr auch Teufel-Partner. Dadurch hatte ich das Privileg, die brandneuen Ultima 40 als einer der ersten zu Hause ausprobieren zu dürfen. Natürlich habe ich direkt den legendären Teufel-Bass und die Pegelfestigkeit getestet und wurde nicht enttäuscht. Der Doppelrohr-Bass-Reflexaufbau, der sorgt für einen tiefen, druckvollen und präzisen Bass, selbst bei niedrigen Pegeln und ganz ohne Subwoofer. Sound, den man spürt. Das macht sie übrigens auch hervorragend fürs Gaming geeignet. Knackiger Gaming-Sound übrigens in den 2000ern mein Einstieg bei Teufel. Angetrieben durch die beiden hochbelastbaren Tieftöner pro Box sind hohe, verzerrungsfreie Pegel überhaupt kein Problem. Aber natürlich ist das Drei-Wege-System insgesamt ausgewogen abgestimmt und macht einfach nur Spaß. Kein Wunder, dass die Ultima-Serie von Teufel auch dank des fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnisses zu den beliebtesten Lautsprechern in Europa gehört. Die Verarbeitung ist Teufel-typisch hervorragend und das Design-Update hat den Ultima 40 meiner Meinung nach richtig gut getan. Vor allem die weiße Variante, die finde ich sehr stylisch. In Kombination mit dem gewebten Kevlar sind die Boxen in jedem Wohnzimmer ein absoluter Hingucker und schmeicheln so Augen und Ohren. Offiziell erschienen sind die neuen Ultima 40 Lautsprecher von Teufel jetzt am Donnerstag und wenn du keinen Platz für Stand-Lautsprecher hast, dann schau dir unbedingt mal die neuen Ultima 20 Regal-Lautsprecher an. Die Links zu beiden findest du unter dem Video. Ich hatte letzte Woche nur kurz über den erfolgreichen Start von Crew 10 berichtet. So konnte dann auch die reguläre Crew-Rotation erfolgen, was dann die Rückkehr von Crew 9 von der Raumstation zurück zur Erde ermöglichte. Entgegen der leider weit verbreiteten Meinung genauer Behauptung, die Starliner-Crew wäre auf der ISS gestrandet, hat sich die NASA aus organisatorischen Gründen und nicht aus politischen Gründen für die Aufnahme der ehemaligen Starliner-Crew in der Crew 9 entschieden. Butch und Sunny wasserten schließlich am 18. März zusammen mit dem NASA-Astronauten Nick Hawk und dem russischen Kosmonauten Alexander Gorbunov sicher vor Florida. Besonderes Schauspiel für eine besondere Mission. Delfine hatten sichtlich Spaß bei der Bergungsoperation der SpaceX-Kapsel Freedom. Hier eine kleine Hommage an Sunita Williams, die gerade ihre wahrscheinlich letzte Weltraummission abgeschlossen hat. Mit drei Raumflügen und neun Außenbordeinsätzen gehört sie ganz offensichtlich zu den erfahrensten Astronauten der Welt. 62 Stunden und 6 Minuten war sie draußen im All unterwegs bei Außeneinsätzen. Das ist weltweit Platz 4 und unter den Frauen der absolute Rekord. Sie hat über 3000 Flugstunden gesammelt in über 30 verschiedenen Flugzeugtypen, hauptsächlich Militärjets und Hubschrauber und war Ausbilderin bei der US Navy. Also ja, maximal qualifiziert. 2007 lief sie als erster Mensch einen Marathon im All auf dem Laufwand der Station. 2012 wurde sie Kommandantin der ISS und legte im selben Jahr auch noch den ersten Triathlon im All hin. Lauf dem Radfahren ging klar und statt dem Schwimmen gab es dann Widerstandstraining. Das kommt dem Schwimmen in Schwerelosigkeit dann am nächsten. Und jetzt kommt Sunny, ist der einzige Mensch, der in vier verschiedenen Raumschifftypen im All war. Space Shuttle, Soyuz, Starliner und Crew Dragon. Wenn man ganz genau ist, sogar fünf Raumschiffe, denn beim Shuttle waren es Atlantis und Discovery. Ganz ehrlich, ich ziehe meinen Hut ganz weit. Sunita Williams, eine wahre Legende der Raumfahrt. Bleibt doch die Frage, wie es mit dem Boeing Starliner nun weitergeht. Die NASA, die erwägt wohl einen dritten Testflug des Boeing Starliners ohne Crew. Bevor Boeing Starliner regelmäßig Astronauten zur ISS bringt, will die NASA noch mindestens einen weiteren Testflug durchführen. Zwar möglicherweise noch ohne Crew, aber technisch bereit für eine Crew. Dieser nächste Flug, der soll dann vorgenommene Änderungen an Starliner testen, insbesondere am Antriebssystem, das beim letzten Crewflug mit Butch und Sunny Probleme machte. Helium-Lex und ausgefallene Triebwerke beim Andocken, ja, damals musste das Raumschiff ohne Crew dann zurückkehren, wobei es, wie wir jetzt wissen, auch dabei Probleme mit Triebwerken gab. Derzeit hat Boeing laut NASA bereits 70% der Fehler aus dem letzten Flug analysiert und behoben, arbeitet aber noch weiter intensiv an der Triebwerksproblematik, unter anderem mit neuen Dichtungen und umfangreichen Tests. Trotz der technischen Rückschläge und finanziellen Verluste, über 2 Milliarden US-Dollar seit Projektstart soll es für Boeing mittlerweile sein, zeigt sich Boeing laut NASA weiterhin engagiert. Wann der Starliner seine erste reguläre Crew zur ISS fliegt, das ist noch offen. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, 17. März, da führte Galactic Energy einen erfolgreichen Start mit der Ceres-1-Feststoffrakete mit der Nutzer aus Ordland Sign durch. Der Start, der fand vom Startplatz 95A des Jingquan-Satelliten-Startcenters in China statt. Am Dienstag, 18. März, startete SpaceX erfolgreich 23 Starlink-V2-Mini-Satelliten von der Startrampe SLC-40 in der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Die Satelliten, die dienen der Erweiterung des globalen Breitband-Internet-Dienstes von SpaceX. Auch am Dienstag, 18. März, da brachte Rocket Lab 5 Satelliten für die französische IoT-Konstellation Kines, erfolgreich in eine sonnensynchrone Umlaufbahn. Der Start, der erfolgte vom Launch-Komplex 1a auf der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Am Freitag, 21. März, da hat Galactic Energy erneut seine Ceres-1-Feststoffrakete gestartet. Der Start erfolgte auch vom Startplatz 95A des Jingquan-Satelliten-Startcenters in China. An Bord waren sechs kleine Wettersatelliten. Auch am Freitag, 21. März, startet SpaceX im Auftrag des National Reconnaissance Office die geheime Pentagon-Nutzlast N957 in den Orbit gebracht. Der Start mit einer Falcon 9 war von der Startrampe SLC-4E auf der Veneberg Space Force Base in Kalifornien. Apropos Pentagon, meine News von letzter Woche über die alte Militärvase, auf der zukünftig Starships für das Pentagon landen sollen, die wurde mega oft von euch angeklickt. Soweit bisher bekannt, sollen dort erstmal nur Landetests der Starship-Oberstufe durchgeführt werden. Eine Startinfrastruktur ist noch nicht geplant. Ganz anders sieht es da in der Starbase in Südtexas aus. Am Pad B brodelt der Beton. Regelmäßig rollen Beton-LKWs zur neuen Startanlage. Ein klares Zeichen dafür, dass intensiv an der neuen Flame-Trench, also dem Abgasgraben, gearbeitet wird. Bisher ist dieser Flammengraben ja die augenscheinlich größte Änderung am neuen Startplatz B im Vergleich zum Startplatz A, von dem ja bislang alle vollintegierten Starship-Flugtests abgehoben sind. Diese Bauarbeiten sind essentiell, um das Startpad für zukünftige regelmäßige Starship-Flüge fit zu machen. Die Idee ist ja, Starship in wenigen Stunden erneut starten zu lassen. Dafür muss aber nicht nur die Flughardware bereit sein, sondern eben auch die Startinfrastruktur. Aktuell sind ja nach jedem Start noch eine ganze Menge an Reparaturarbeiten nötig. Dass die Wiederverwendung von Starship-Hardware nicht mehr allzu weit entfernt ist, das zeigt auch der Rocket Garden hinter der Produktionsanlage ziemlich eindrucksvoll. Mittlerweile stehen da zwei Super Heavy Booster, die schon mal geflogen sind. Wir verlassen die Starbase. Wie die Kollegen von NSF beobachtet haben, gab es in der Triebwerktestanlage in McGregor in Texas diese Woche eine Explosion an einem der Raptor-Briefstände. Noch ist nicht ganz klar, ob das ein absichtlich destruktiver Test war, also das Triebwerk bis an seine Leistungsgrenze bringen, oder ob da einfach was schiefgelaufen ist. Die destruktiven Tests könnten auch mit Anpassungen nach den Flügen 7 und 8 zusammenhängen. Bei diesen Flügen gab es ja Triebwerksprobleme oder zumindest ein vorzeitiges Abschalten einiger Raptor-Triebwerke und kurz darauf den Verlust der eingesetzten Oberstufen, inklusive Trümmerregen über der Karibik. Firefly Aerospace hat seine Blue Ghost One Mondlandemission erfolgreich abgeschlossen und alle Missionsziele erreicht. Die Mission endete mit einer letzten Übertragung am 16. März nach 346 Stunden Betrieb im Sonnenlicht und weiteren 5 Stunden nach Sonnenuntergang an der Landestelle Imare Crisium. Der Länder übermittelte mehr als 119 Gigabyte an Daten, darunter 51 Gigabyte wissenschaftliche und technologische Daten von 10 NASA-Nutzlasten. Zu den bemerkenswertsten Erfolgen von Blue Ghost gehören die erstmalige Verfolgung von GPS-Signalen, die sind ja eigentlich für die Erde gedacht, auf dem Mond, sowie das robotische Bohren tiefer in die Mondoberfläche als je zuvor. Ein weiteres Highlight war das Beobachten einer Sonnenfinsternis am 14. März, bei der die Sonne durch die Erde verdeckt wurde, wodurch ein heller Ring entstand, als das Sonnenlicht durch die Atmosphäre drang. Es war das erste Mal, dass eine Sonnenfinsternis der Erde vom Mond aus beobachtet werden konnte. Es gab viele Kritiker, aber spätestens die Blue Ghost One Mission, die hat die Wirksamkeit des Commercial Lunar Payload Services Programm der NASA bewiesen. Wir stehen vor einer neuen Epoche der Monderforschung, die dank der Kommerzialisierung eine nie dagewesene Anzahl an Missionen und Erkenntnissen verspricht. Firefly plant schon an den nächsten Mondmissionen, darunter Blue Ghost 2, dann für 2026. Wir bleiben beim Mond. Die indische Raumfahrtorganisation ISRO und die japanische Raumfahrtagentur YAKSA haben von der Politik das Go oder besser das Budget für ihre gemeinsame Chandrayaan-5- und Lupex-Missionen erhalten. Die Mission, die soll die Polarregion des Mondes nach Wasser und anderen Ressourcen erkunden und Expertise in der Erforschung der Mondoberfläche gewinnen. Im Rahmen dieser internationalen Kooperationen wird die ISRO die Landesonde entwickeln, während YAKSA für den Rover verantwortlich ist. Zudem werden wissenschaftliche Nutzlasten von NASA und ESA auf dem Rover installiert. Die Mission, die soll 2028 starten. Indien und Japan, ja beides erst seit kurzem Mondlande-Nationen. Bisher war das Erfolgreicher nur den USA, China und der Sowjetunion gelungen. Apropos Japan, 2026 soll voraussichtlich mit einer japanischen H3-Trägerrakete die YAKSA-Mission MMX starten. Das steht für Martian Moons Exploration und ist typisch YAKSA, war wieder eine sehr ambitionierte Mission. Wie schon bei den Hayabusa-Asteroiden-Missionen ist auch Deutschland wieder mit am Start. Und vom DLR gibt es ein brandneues Video zu einer der, wie ich finde, spannendsten Missionen der nächsten Jahre. Das DLR-Video, das zeigt Idafix, den Mini-Rover, der auf dem Mars-Mond Phobos landen soll. Der etwa 25 Kilogramm leichte Idafix-Rover, der soll gemeinsam mit der japanischen MMX-Mission zum Mars-Mond Phobos fliegen. Idafix wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der französischen Raumfahrtagentur CNES entwickelt. Bevor die Yaksa-Sonde MMX selbst auf Phobos landet, um Proben zu nehmen, wird der Idafix-Rover aus 40 bis 100 Metern Höhe abgeworfen. Der kleine Rover, der soll sich nach ein paar Hüpfern aufrichten, entfalten und dann drei Monate lang über die staubige Oberfläche rollen, bei nur einem zweitausendsten der Erdanziehung. Ziel, den Mars-Mond auf bisher unerreichten Detailniveau untersuchen. Idafix soll klären, wie sich der Staub und das Gestein auf Phobos verhalten, wenn man mit Rädern darüber fährt. Bisher ja völliges Neuland in dieser extremen Mikroschwerkraft. Die Erkenntnisse, die helfen dann der Yaksa, die geplante Landung der MMX-Sonde besser zu planen und könnten gleichzeitig wertvolle Hinweise darauf liefern, ob Phobos und auch Deimos einst eingefangene Asteroiden sind oder sich aus Trümmern rund um den Mars gebildet haben. Zum Abschluss der Mission soll die MMX-Sonde Bodenproben sammeln, die dann mit einer Rückkehrkapsel zur Erde gebracht werden sollen. Dort sollen sie dann 2031 ankommen. Ein Modell von Idafix, das konnte ich diese Woche in Köln bewundern, denn das DLR, das hatte mich zum Besuch in die neue Luna-Facility eingeladen. Es gibt, glaube ich, wenig, was mich derart begeistert, wie die Vorstellung, dass tatsächlich mal Menschen auf dem Mond gelaufen sind. Für mich nach wie vor die größte technische Einzelleistung in der Geschichte der Menschheit. Hashtag Apollo-Moment. Wenn man in Luna steht, bei Mond-Südpol-Beleuchtung, dann fühlt man sich tatsächlich wie in einer anderen Welt oder auf einer anderen Welt und es erschließt sich sofort, warum Astronauten unter diesen Bedingungen trainieren wollen. Freut euch auf mein Video zu Luna. Für die Schutzengel gibt es die Langfassung wie immer vorab und ohne Werbung. Dass ich solche Außeneinsätze durchführen kann, das verdanken wir alle den Senkrechtstarter-Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig auch Monitär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachen für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Und als kleines Dankeschön gibt es dann alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ein Außeneinsatz, den ich sehr, sehr gern gemacht hätte und der sogar geplant war, mein Besuch des Andoja-Space-Ports in Norwegen mit der ersten deutschen Orbital-Rakete auf dem Pad. Aber Isar hat sich im letzten Moment gegen eine Live-Berichterstattung entschieden. Klar sind wir da enttäuscht, gleichwohl kann man es ein bisschen verstehen. Denn sicher liegen die Nerven von den Jungs und Mädels bei Isar blank und wenn er dann stattfindet, dann wird es auf jeden Fall mein Lieblingsstart in der kommenden Woche sein. Am Montag, 24. März könnte es soweit sein, voraussichtlich dann der Demonstrationsflug der Spectrum-Rakete von Isar Aerospace, der erste Orbital-Raketenstart von Kontinental-Europa, genauer vom Andoja-Space-Port in Norwegen, mit der ersten deutschen Orbital-Rakete. Ebenso am Montag, 24. März, da plant SpaceX den Start der Falcon-1-Rakete mit der geheimen Pentagon-Nutzlast Enrol-69. Der Startkomplex ist SEC-40, der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Ebenso am Montag, 24. März, SpaceX Falcon 9 mit Starlings von Vandenberg. Am Mittwoch, 26. März, da plant Firefly Aerospace den Start ihrer Alpha-Rakete mit der Mission Message in a Booster. Startplatz ist Startkomplex SEC-2W, der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. An Bord eine Test-Nutzlast für Lockheed Martin. Auch am Mittwoch, 26. März, da plant Rocklip den Start einer Elektron-Rakete. An Bord die Mission Finding Hot Wildfires Near You. Gestartet wird vom Launchkomplex 1b der Mahir-Halbinsel in Neuseeland. Gestartet wird ein Infrarotsatellit für die deutsche Firma AuroraTech. Diese Mission soll Technologien zur frühzeitigen Erkennung und Überwachung von Waldbränden testen. Es ist der erste dedizierte Flug des Unternehmens. Vorher wurden die AuroraTech-Satelliten auf SpaceX-Rideshare-Flügen gebucht. Hier noch einmal ein Shoutout für die neuen Ultima 40 von Teufel. Dein perfekter Einstieg in die HiFi-Welt zum unschlagbaren Preis. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast und weitere Raumfahrt-News nicht verpassen möchtest, dann unbedingt abonnieren, denn die Raumfahrt ist unfassbar spannend. Und das wird auch nur noch mehr. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.